Hallo Leute, es ist sehr schön mit euren Hater-Kommentaren und das macht einfach keinen Sinn. Warum hatet ihr? Laltet eure eigene Videos hoch, dann wisst ihr, wie ich euch hate, wie ich das anfühle. Also lasst den Scheiß, hatet nicht. Das ist einfach nicht cool. Lasst den Scheiß, sonst hatet man euch manchmal auch einmal. Das bringt einfach nichts. Lasst den Scheiß. Hatet nicht. Hatet nicht immer. Das bringt mir echt nichts, weil ich schon down war. Und ich habe darüber nachgedacht und ich werde meinen Kanal weiterhin behalten. Und ich kriege mich nicht mehr down, dass ich mich aufgeschreibe oder so. Aber hateet mich nicht mehr, sonst hate ich euch. Ciao. Und ich appelliere an all meinen Abonnenten, dass sie zu mir halten und so, ja. Danke. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Ciao. 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 .